shalom gesegnete bruder und schwester in unserem herr jesus christus von nazareth unserem wunderschönen könig der könige ich wollte euch einen traum erzählen was ich neulich geträumt habe also das war eine schule und normalerweise schule das ist unsere so welt wir lernen immer was ist quasi diese unsere ganze umgebung unserer welt ist so quasi wie eine schule und dann träume ich die schule geht zu die so metallrouladen sowie geschäfte die gehen zu und bevor das noch nicht so ganz so gegangen ist ich habe das mit meinen beiden händen so festgehalten und gerufen leute kommt raus kommt raus die schule geht zu und da habe ich quasi die leute versucht ihr möglichst mehr damit sie raus kommen und die bus stand da bei treppen schon bereit zum abfuhr so ab zum abfahren und weil es schon so dringend war die zeit zum abfahren dann kamen das war so hammermäßig da kamen zwei engel ein hat von einer seite von mir diese metall gitter genommen und der andere von andere und dann bin ich ganz schnell zum bus gelaufen der auf mich gewartet hat und als ich im bus war da sind wir ins himmel geflogen halleluja halleluja dann wollte ich ermutigen alle leute die mit troe mit troen herzen auf unseren herr jesus christus von nazareth wartet maranafa komm geliebter jesus komm deine braut wartet auf dich ich segne euch alle in jesus name amen und ich möchte euch alle ermutigen auf entrückung mit feurigen herzen zu warten shalom ruder und schwester